Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video auf meinem schönen Kanal und wir sind heute in Pacific Drive wieder drin. Das ist diesmal nicht die Demo, sondern ich habe ja angekündigt, ich habe mir das Spiel natürlich geholt und wir werden dieses Spiel natürlich komplett spielen. Und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefällt, zeigt es mir gerne, ein Like, ein Abo und ein Kommentar, würde mich ganz sehr freuen und wir gehen damit rein. Wir überspringen natürlich nicht. Creepy. Ach doch, wir können das überspringen, das kennen wir ja schon. Das kennen wir auch schon. Also, wir kennen den Anfang ja. Interessant, interessant. Gut. Halbwünsel. Südlich der Schützmauer. Kennen wir ja auch alles. Und ich freue mich schon. Es ist so geil, wenn das dann im Spiegel von sich. Ich feier das. Ich finde es cool. Das ging ja eine ganze Weile jetzt. Ja, dann fahren wir halt hier ganz gemütlich erstmal durch. Das dauert halt natürlich, bis das richtig losgeht. Ich finde das Fahren ist so wischiwaschi für mich. Sehr wischiwaschi für mich. Und das Steuern ist etwas komisch. Aber ich finde es geil. Der Regen ist so schön. Und das Grautio ist auch schön. Ich finde es gerade sehr cool. Einfach geil. Aber auch noch spannend, muss ich sagen. Ich glaube, meine einzige Gefahr in dem Spiegel ist wirklich der Sturm. Also die Radiativität. Hier gibt es keine Neustart, glaube ich. Das ist jetzt ein bisschen. Boah, hier muss ich noch mal fahren. Okay, das war ja. Das ging ja eine Weile. Wir fahren ja immer so. Wir verlieren ja unser Audi auch, danke. Zack. Der Töne ist auch schön. 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 Ich finde das Radio. Das Radio ist eine geile Töne. Wir sind noch nicht in dem Gebiet, wo die Schutzzone ist. Wir sind außerhalb eigentlich des Gebiets. Behaupte ich jetzt mal. Wir sind südlich von der Bahn. Aber kann mir jemand sagen, warum hier das abnormale schon ist, wenn da, hier hinter, wenn hier hinter das abnormal ist? Warum ist das abnormale nicht? Oder kann es sein, dass wir schon im abnormalen Tritt sind? Oh, du fragst mich nicht so mal. Jetzt sind keine Menschenzähler. Oh, ja. Hier ist das abnormale richtig hoch. Ich wurde gegessen. Ich wurde einfach weggeschlimm. Aber warum ich? Warum ich? Warum ich? Es ist hell. Bin ich in der Zone jetzt drin? Ja, ich bin in der Zone drin, glaube ich. Das sieht man. Die Olympus-exklusive Zone. Bring dich in Sicherheit. Ich bin also in der Zone. Mich hat dieses Ding also außerhalb von der Schutzzone eingesaugt. Aber warum? Also warum? Und wie ist das überhaupt passiert? Und was haben sie geforscht? Weil das ist ja mysteriöse Weise, hat das eine neue Technologie hier verursacht. Aber... ist das so, was du? Was? Ah, was ein Schutzer? Oh, nein. Frank, das Radar ist schon aufbauen. Du hast Baltisch gewonnen. Du hast die Kraft abbeugt. Du hast das gehalten seit Jahrzehnten. Du hast jetzt noch nicht? Oh nein. Mann. 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 Ja, das ist ein Signal. Es ist bei der Tarker. Und wenn wir nicht in der Sicherheit bekommen, dann wird es auch nicht. Das ist ein guter Punkt. Hey, du bist ein sehr großer Gefahr. Die Instabilität stößt in und es wird dich schneller schabbeln, als ein Fleisch in einem Blender. Du hast die Schutzhütte ein paar Kilometer öst. Geh da, wie du kannst, und bleib schnell über das. Na, fahre nach Osten um eine Schutzhütte zu finden. Befülle deinen Tank. Geh ziehen wir. Zack. Machen wir mal los. Oh, nee. Nee, abnormale Dinge entstehen. Machen wir gar nicht. Das ist gerade ja tief. Woah, 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 hey, hold the fall. There it is again, that flip on the spectrometer. I've seen their wavelengths to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. But that's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Oh, nee, das ging ja nicht so kaputt. The Octavice is picking up on some plasma generators nearby. Your headset is a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Find and scan a plasma. Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get it with your hands though. An impact hammer will do the trick. Find and place it. Even if we're out there, there's a lot. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again. So go on and take what you need. I've got two lights. Transport, homes, outposts, facilities. They've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Hello, come here? Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just loot away. Hey, what are you doing? Zack, open. Is there a bag number? Creepy. There's a lot of resources here. Look at you. Out in the zone, all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. It's not even though. What did you finally talk Francis to death? Yes. Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Oh, Christoph. Hallo. Ah, I can't do this thing now. I have. Why are there too many out there? I can't even build the lights. I don't know. Zack, built the lights. Oh. Und jetzt? So, wir haben einmal Plasma. Was haben wir hier? Na ja. Da ist unser Inventar sehr überfüllt. Warum höre ich denn hier so viel Strahlung, Alter? Das will ich mir auch so. Da muss es doch noch so ein Plasma-Ding geben, oder? Das war einsteigender. Ist das normal, dass hier so viel Strahlung ist? In der Demo war hier aber keine Strahlung. Ah, hier ist gar nichts mehr. Okay. Das ist echt nervig. Das klappere ich als letztes ab, glaube ich. Ich fange von oben nach unten an. Ich vergesse immer, ich habe die Handbremse angemacht. Weil sonst rollen wir los. Ich weg. Na, komm. Schaff' uns. Drehen, drehen. Vollgas. Gut. Dann haben wir uns mal ein Fahrzeuggerillikt erst mal. Ist da oben. Alles gut. Noch im Grillbereich. Ich weiß nicht, ob die Dinger gefährlich sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich werde es nicht herausholen. Ich werde es nicht herausholen. Ich werde es nicht herausholen. Schaff' ich es mit dem Auto hier hoch? Ist man hier die Zeit gebunden? Neue Uhr. Boah, wir haben es 9 Uhr. Fahr' mal den normalen Weg da hoch. Ist es schon weit? Da oben? Sech' mal, komm, du. Da holen wir uns nicht hin. Ich weiß wohl. Machen wir es lieber auf den normalen Weg als auf einen anderen Weg. Was ist das da oben? Was ist das da oben? Ich weiß nicht, ob die Dinger irgendwas machen. Geht schon. Keine Sorgen. Schaff' mal ran. Dann bleiben sie an. Zack. Aussteigen. Tür öffnen. Ich fliege. Ah, man spawnt damit das. Oh, das war kack. Das war nicht schön gerade. Oh Gott. Das ist auch ein Ausred. Was ist los, Fax, mein Vater? Ja, wir haben's. Die erste Bälle trifft uns, glaube ich, gar nicht. Wir haben's geschafft. Das ist total dumm ausgewählt. Ah, wir sind dritten vor der ersten Bälle noch. Ich war ganz falsch gefahren. Das ist super. Oh, well, well, you're alive. Oh, das ist sicher. Wenn die Zone nicht getroffen hat, das Gateway würde. Ich habe nicht gesagt, dass du das erste Mensch, ich habe durch das Ding durchgeführt. Ich meine, es ist Roden. Aber es ist nicht komplett untestet. Aber es funktioniert. So, du solltest es zurückkommen. Das ist die Schönheit der Gateway. Das ist die Schönheit der Marble. Das ist die Schönheit der Marble. Das ist die Schönheit der Marble. Ich muss jetzt aufs Dach damit. Ich laufe hier mit einer Kapsel einfach rum. Ist ja nix Neues. Lololololo. So. Zeig. Und schmuck. Okay. Flip out. Antenne signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. So. Genau. Hier rein. Ne, warte mal. Das will ich nicht unbedingt. Damit, was soll ich damit machen? Ich muss das sogar nehmen. Ah. Ah. Guck mal. Man kann das jetzt. Natürlich sieht das noch nicht so schön aus, weil alles rumpelt aussieht. So. So. Geht nix. Hier die Tür. Hier. Und hier. Genau. Dann würde ich mal. Pack mal das wieder rein. Aber das würde ich auf die Mobehaube haben. Schick. So. Okay. So. Jetzt müssen wir hier hinten wieder rein. Hier in den Spind. Oh. Das ist mir alles zu groß. Warte mal kurz. Du musst das Spiel kurz warten. Äh. Pack ich. Das ist keine Farbe. Gibt es ja auch andere Schränke. Hier kann ich glaube ich lagen. Äh. Ach. Ich kann es sogar drehen. Das Zeug. Das wusste ich gar nicht. Ich packe das Ganze mal herein erstmal. Weil jetzt glaube ich kann ich es nehmen. Oder auch nicht. So. Das erste Hammer. Das ist Handbremse. Bauer eine Handbremse ins Auto. Gut. Wo muss ich dafür hin? Gut. 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 Das ist der Kiste. Lachen wir mal wieder was aus. Das ist da Kiste drin. Hallo. Nicht so viel. Und wir sind gepackt. Alles ist in der Arbeit. Ich habe eine andere Seite. Ich habe die Antenne auf den Routplaner. Gib sie einen Blick. Nachdem du durch meine Garage bist. Eine Primäre Tür. Ich brauche eine Tür. Ich habe doch eine Tür. Aber ich gerne. Okay. Okay. Hier liegt noch eine Tür. Was denkt das Spiel von mir? Dass ich hier Türen kaputt mache. Okay, was soll ich damit machen? Wie soll ich das Ding... Warte mal. Ah. In den Händen tragen. Hm. Gute Frage. Was ist da? Ich muss die erstmal liegen. Gut. Was haben wir noch? Wähle ein Ziel. Deponiere gesamten Lackfarbe und Aufkleber im Fabriker. Okay. Wir haben doch Lack gefunden. Lack. Zack. Wir brauchen noch einiges mehr drin. Das haben wir hier. Eine Primäre Platte. Und eine Hinderzeug. Das nehmen wir auch mit. In die Hand. Und jetzt kommt das. Aha. Ja. Wir haben den Koffer... Genau. Der Koffer hat... Wir haben das jetzt in den Koffer gepackt. Mal auch mal mit rein. So. Dann gehe ich nochmal hier hin. In den Spinn. Da war noch was. Primäre Platte. Ne. Handstaugsauger. Okay. Was bringt der an? Was bringt uns der Stauksauger? Blockbuch. Ne. Ich such den Stauksauger. Wo ist der? Stauksauger. Hier. Ne. Da. Oder auch nicht. Wo ist der Stauksauger? Stauksauger. 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 Ne. Stauksauger. Bergbank. Zapf. Keine Ahnung wo der Stauksauger sein soll, Freunde. Gute Frage. Nächste Frage. Ego. Pack den mal hier glaube ich ins Regal. So. Was haben wir noch? Reparatur Kit. Genau. Konserven und ein paar andere Dinge. Und der nächste ist hier ist da. Wird uns da. Stabile Energie. Okay. Wir brauchen mehr Energie für das. Hä? Okay. Okay. Was ist da? gut schön. Ach er hat meinen Koffer transferiert. Ah. Ah. Auf F kann ich jetzt Handbremse drücken. Okay. 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 Reparatur. Hier. Ah. Zack. Oh je. Ist alles zerstört. Ne. Okay. Okay. Wo noch? Hier. Hier auch. Da ist also irgendwie Bussen. Oh. Hier auch. Boah. Hier ist komplett zerstört. Oh je. Stoßstange können wir auch mal reparieren. Oh je. Oh je. Hier müssen wir reparieren auch noch. Ich habe sie auch noch vergessen. Hoppala. Ja Freunde. Dann würde ich erstmal sagen. Für die erste Folge hat es glaube ich sehr viel Spaß gemacht mir. Und wenn euch euch diese Folge auch gefällt und ihr mehr davon sehen wollt. Zeigt es mir gerne mit einem Like. Einen Abo. Und einen Kommentar. Würde ich mich auch darüber freuen.